Danke, Herr Präsident. Bei 330.000 Asylantragsstellern im Jahr, dies entspricht immerhin der Bevölkerungsanzahl von Städten wie Dresd, Niza oder Bonn, ist es sicherlich angebracht, genau zu überprüfen, ob Asylwürdigkeit einerseits gegeben ist und ob die vorgebrachten Behauptungen auch stimmen. Nichts, meine Damen und Herren, spricht gegen EU-Mindeststandards, aber es muss den Mitgliedstaaten auch erlaubt sein, unter Einbehaltung internationaler Konventionen raschere und straffere Prüfungen durchzuführen. Denn eine endlose Kette von Rechtsmitteln schließlich führen zu einer Ersitzung des Aufenthaltsrechtes und das ist einfach nicht zu akzeptieren. Ich gratuliere auch der Schweiz, die vor kurzem ein Referendum durchgeführt haben, das wir leider in diesem Fall nicht haben und die Schweiz sich sehr klare straffe Regelungen beschlossen hat. Allerdings die Tatsache, dass binnen 100 Tagen zu entscheiden ist, ist eine qualitative Verbesserung für die Lage im Vergleich zur Union, wo wir sechs Monate Asylverfahren haben. Und abschließend finde ich es sehr bedenklich, dass bereits nach neun Monaten der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird. Das öffnet Billigarbeit und Lohndumping Tür und Tor. Besten Dank.